Ja hallo und herzlich willkommen hier zu einem COD Modern Warfare 3 Together wie auch immer Überlebung Mit dem... Ja überleben Mit dem Happy Shadow 02 wieder der da so ist Ja ähm so können wir jetzt starten? Ja wir können jetzt starten Yeah wir zocken auf Terminal Wer es jetzt so erkannt hat Ja weil irgendwie keine Ahnung Die anderen Maps kennt man irgendwie alle schon Na gut Terminal kennt man sowieso schon Aber es ist ja schon von der B2 ja Terminal gibt's schon ein bisschen länger Ja ich weiß aber das ist jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen anders Ja Bisschen Denn wann überlebt man schon mal auf Terminal? Ihr wisst ja ja eigentlich werden ja dort alle abgeschlachtet Ja werden sie jetzt auch oder nicht? Na gut hast du auch wieder recht Aber sie haben Waffen Alex sie haben Waffen Oh mein Gott Oh mein Gott wir fangen mit ner Schrodflint an Welche Schwierigkeit war das hier? Der Aufklärung zufolge näher Ich weiß es nicht Ich glaub äh Es ist schwer es ist leicht Bam in die Fresse Und der nächste Bam in die Fresse Komm her Haha Ich hab voll in den Arsch geschossen Ernst Voll zwischen die Beine Ins Knie In sein scheiß fucking Knie So äh So äh Wann haben wir denn das letzte Mal überhaupt Überleben gestoppt? Ich weiß was Ich nehm jetzt auch die Fresse Ja Alex sie schießen mich an Weißt du wie lange ich jetzt schon kein Überleben mehr gezockt hab? Also hoffen wir mal dass wir doch bei Überleben Bei Überleben Irgendwie Überleben Überleben Genau So ähm Okay also Zack Zack Was kaufe ich mir Irgendwie hol ich mir jetzt erstmal gar nichts Weil alles so teuer ist Yeah es geht weit Irgendwie ist das jetzt so Drehen 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 Aufhören Töten 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 Nein Wovon Wovon sollen wir stöten? Töten Töten Das hätte ein Trouble werden können Stopp Ja okay Ich hätte jetzt ruhig mal ein bisschen eher hier reagieren Also bei mir lagst ein bisschen Hä die sehen mich nicht Cool Eigentlich weißt du wie weit die schießt ey Hallo wie kalt ist denn auf der Tisch drüber? Der eine lebt ja noch Da ist ja nur noch vor Pistole Oh mein Gott hier ist Blut Oh Mann Sag mal was ist denn heute hier los mit dem Player der reagiert manchmal ja nicht Wieso geht die Scheibe nicht in den Brunnen auf den Kopf Weiß nicht der kommt einer bei dir Aha du bist tot Ich weiß es nicht Bei mir hat gerade der Player mal kurz hin reagiert Ich weiß nicht warum Warum? Äh ja Brauchen wir jetzt sowas neu Ich hoc mich wieder Äh welche nehme ich denn mal Das war die Endschuss Einzelschuss Nehme ich mal eine Einzelschuss betriebene Na klar warum nicht Habe ich noch nie irgendwie genommen Wieso wieso lagts bei mir so Ja bei mir hat's auch manchmal so so wie so'n kurzen so so Ja ne so'n kurzen Ja ne so'n kurzen Ja 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 so'n kurzen Ich treff den Hund nee Jetzt Aaaaah Äh der wär schon tot Ah jetzt es wird langsam es wird langsam irgendwie erstmal wieder hier reinkommen in die ganze Das ist denn das hier Luftunterstützung Kanu Luftunterstützung verfügbar Oh mein Gott Genommen werden ja Aber erstmal hol' ich mir jetzt'n Ja ne Geschützt kann ich mir noch gar nicht holen Das kostet so viel Geld Oh Kann ich mir schnellen gewissen Ich hab grad grad mal 3000 Geld Dollar Was ist das? Wieso rennen die alle mit einer Model rum? Können die die langsam mal ordentlich gehoffen haben? Ja keine Ahnung Das kommt dann ja immer wieder mit der Zeit Kampfhunde mit Sprengsetzen sind die Ja 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 Ich kann grad Ey man Graskopf die Nudel, der muss sich doch jetzt anrufen. Ja, ja, der hat mich gerade... lebst du wieder? Du lebst doch wieder? Was ist denn das Problem? Ja, ich wurde von dem Hund angebissen, hab zu spät reagiert, dann hat Graskopf angerufen, und dann wurde ich hier auf Graskopf gerufen. Bäm! 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 Was? Nein! Wo bist du? Hier, hallo! Hier hinter dir! Oh, scharfe Kante! Ich hab ne Trophäe bekommen, ne Trophäe! Echt? Scharfe Kante, auch so ein Juggernaut mit... Bin getroffen! Okay, mit was soll ich denn das jetzt mal unterdauern? Ja, ich hab zuerst und ziemlich mal wieder auf die Beine. Bin getroffen! Bin getroffen! Mein Gott, nein, jetzt nicht! Was will denn der Kunde jetzt? Wir haben gesagt um 8 Uhr, das ist noch nicht um 8 Uhr. Vogel. Der versaut unsere Aufnahme! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal! Wo ist er denn? Wo ist denn der? Ja, über uns! Haben wir 100 Gold mit der Pistole? Haha! Dann muss es auch ne Trophäe geben. Wichser! Okay. Soll die Trophäe jetzt Wichser heißen, oder? Ja! Meinst du Gras kauft? Nein, die Trophäe! Na genau! Was? Wird doch cool! So! Wie gesagt, ich hab mir jetzt erstmal ein dickes Geschütz. Na ja toll, ich hab mir jetzt erstmal die ACR gewollt. Mein Gott, es geht weiter! Stell dich hier wieder so schön in die Ecke? Achtung Team! Die Aufklärung zeigt feindliche Stellungen. Freundliches Arschloch! Oh! Seit wann schießen die denn auf Ferne? Gibt's jetzt Sniper oder was? Nein, jetzt haben die... Eine MP... Mensch, also mit der muss ich echt nochmal klarkommen. Obwohl die eigentlich gar nicht mehr so... Scheiße ist. Ich muss erstmal mit der Waffe eben klarkommen. Wieso hole ich mir anderen Stück zuerst nicht? Was? Das war alles? Welle 5? Ja, irgendwie schon. Also... Ich muss mal ganz ehrlich sagen, die Angriffswelle 4, die war da schon noch ein bisschen härter. Muss ich sagen. Oh ja, muss ich auch sagen. Theoretisch. Ja... Normalerweise schon. So, ähm, 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 ähm... Scheiße, nichts kann man sich erkufen. Mein Name beginnt mit M. Wo willst du? Ich komm zu ihm. Alter, der greift mein Geschütz an! Äh... Geschütz in den Schwerden und den Schuss. So ein... So ein Lappen, ey. Zack! Ja, du müsstest tot sein! Ja, die haben ein Geschütz getötet, die Schweine. Sie haben irgendwie Geschütz getötet, äh, dein Geschütz getötet. Unser Geschütz? Ja, ich muss das mal woanders hinstellen, das war irgendwie ne schlechte Idee, das da hinzustellen. Oh mein Gott, sie werfen Granaten! Ich geb's ja zu. Echt, sie werfen Granaten? Ja. Geschütz bereit zum Einsatz! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Verrecker an mein Messer! Ich dachte schon, Alter, schaffst das jetzt nicht, oder? Ja, meine Motivation muss nachgeladen werden. Stell ich's denn mal hier hin? Ja, passt schon irgendwie. Ne Predator oder ein Luftunterstützungsangriff. Hab mir ne Predator genommen. Ach halt! Und es gibt ja noch. Alter, guckt euch den Blutfleck an! Ist ja nie geil. Ja, ich hab auch schon vor uns einen abgefilmt. Ich leg mich jetzt mal... Oh, ist das warm. Ich leg mich schön auf die Blutfleck. Ne, kann ich nicht machen, aber... Die Blut lachen! Ich treffe mich nicht mit dieser Fail. Oh mein Gott, Hund! Schon wieder Hund! Verpiss dich, Hund! Oh mein Gott! Jetzt renn hier kann die Katzen rum! Ah ja, sie sind jetzt vielleicht gehen sie in Deckel. Ja, ja. Ja, Hund, verpiss dich, Hund! Da-dam, 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 da-dam! Ja! Da-dam, 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 da-dam! Yeah! Oh mein Gott, dieses Blut! Oh mein Gott, dieses Blut! Das ist ja nicht so ne Schutzweste, sondern hier... Da hab ich gar nicht geguckt. Ich glaub du und... Ich glaub auch du! Oh mein Gott, die sterben ja! Das sind doch auch nur Menschen. Ich sag mal, irgendwie die haben sonst nicht aus so ner weiten Entfernung immer geschossen. Ich fahre, das ist doch nicht... Oh! Du kommst hier! Kaum Leben! Kaum Munition! Oh! Kaum Leben und kaum Munition! Das ist Alex, dein Lohn! Okay, wer hat ihn jetzt gekillt? Oh mein Gott! So, jetzt leckt sie übel drum ey! nur weil ich den getötet habe oder was der dritte 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 nach so ich habe eine steuern dritte 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 das schon mal dieses aufstehen das war doch hier bei der kanal oder das ist dort mit dabei okay ja alter das kostet vier tausend feindliche runde sind in der nähe oh mein gott ja wo ist So, Dragunner, du fassst schon durch. Mit der, wo du bist. Nö, keine Ahnung. Irgendwo. Äh, ich glaub nicht. Wow, 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 wow. Das ist nicht so schlimm, ich stehe von alleine wieder auf. Ich hab, würd ich sagen, Dragunner. Scheiße, das war jetzt ein Juggernaut. Was? Das wär? Ja, ich lieg, ich lieg am Boden und ja. Oh ja, ich seh ihn. Ich helf dir mal auf die Beine. Okay, du lagst jetzt? Ja, hab ich schon seit Anfang der Runde. Okay. Okay. Ich mach mir wohl so. Oh. Scheiße. Ich hab's gekillt. Nein. Hilfe. Renn weg, renn weg. Hey, helf dir mal schneller. Okay, los, hau ab. Er geht auf dein Geschütz. Ja, ist doch egal. Hab ihn umgebracht. Dein Geschütz lebt noch. Dein Geschütz lebt noch. Ja, sehr gut. Ja, das war ein nettes Geschütz. Also irgendwie, hab ich das Gefühl, wir haben's geschafft. Also, yeah. Naja, also. Ja, ja, wir haben's ja geschafft, aber trotz dessen. Die Waffe geht, die Waffe geht. Also, ich weiß nicht, warum ich die jetzt immer noch so drin hab. Hm. Ja, die killt halt Gegner mit sehr vielen... Naja, sehr wenig Schüssen. Mit sehr viel Schaden. Mit sehr viel Schaden, so wollte ich's sagen. Extra Vorreiter. Oh, scheiße. Fuck, ich dachte mir... Aha. Ich dachte mir... Du hast... Du hast Mangos... Du hast Mangos, du? Aber ich dachte, dass mir noch genügend Geld bleibt für die... Ich dachte mir, dass wir noch nicht mehr verdienen können. Ey, die haben jetzt ne... AK. Cool. Ich dachte mir auch so neu immer genügt. Für mich ist Ihnen ein Stoi. Yeah, schön was für Aktivität bekommen. Wo sind die alle jetzt? Oh, hier ist einer. Hier ist ein... Mal die Gegner! Wir haben verraten die Gegner. Okay, also ich wäre entweder ich hol mir jetzt mal eine andere Waffe, oder? Hol ich mir jetzt noch eine Predator? Hol ich mir jetzt noch eine Schutzweste? Ähm, was hol ich mir nochmal? Na, ich hol mir eine Predator machen. Eine Schrotflinte? Weiß nicht. Ich hab mir mal eine Stryker geholt. Ja, Stryker. Oh, der war lecker. Ach ja, und wo war denn das hier mit diesen Päckchen? Ich muss mir dann nochmal so ein Päckchen holen hier. Für Fingerfertigkeit pro. Hier geht's. Halt. Halt. Sauber. Das ist... Das ist great! Das war ja nicht mehr sch... Und sie waren auch nicht meinen... ...geladen. Wo bist du? Oh, toll, ich bin wieder aufgestanden. Haha, Mann ey, irgendwie hab ich's heute nie ganz so... Ich leag ganz schön viel. Vielleicht liegt er so einfach an meiner Waffenwahl. Die ist natürlich heute nie so begeisternd. Ich werde ihn mal wieder aus der Ferne killen. Sniper! Wo bist denn du? Achso, du bist ja hier hinten. Ja, ich komm mal zu dir hinter. Mit meiner MK-14. Hallo? Okay, ich geh wieder zu deinem Schutz. Achso, das ist schon explodiert hier oben. Ja, das ist wegen der Juggernaut für uns gewesen. Ähm... Wow! Dickass! Männchen sind da. Äh, voll der Bug hier oben. Und das geile ist die Hunde können wir hier oben nichts, das ist so voll geil. Ah, das ist ja deiner, ich glaub das wäre ein Feind, nur auf deinen Hupen geschossen wird. Okay, 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 nichts ist okay. Mann, ich muss immer mein ganzes Geld ausgeben für die Scheiße. Ja, weil ich lauf und immer wieder liege. Wo gab's denn, wo die Geschütze waren bei... Hier, bei mir, bei der Granate. Bei der Granate waren's, naja. Nee, ich hab jetzt erstmal noch ne Predator für die Juggernauts drin. Was war das? Ach, der hat wieder einer so ne Stinkbombe gelegt oder was? Ja, hab ich doch gesagt, Stinkies waren da. Wir müssen echt überall hinkacken, ey, was ist denn das hier, Alter? Die haben ein Geschützleit gestört hier, stirb du Mongo, ey. Hä? Gott, die haben hier, Alter, Granaten hingerufen. Ey. Oh, Mund, verpiss dich. Was ist denn jetzt hier los? Sag mal, wieso sterb ich denn laufend so schnell hier? Ich weiß auch nicht. Scheiße. Ja, Mö. Boah. Ja, ja, ich steh von alleine auf. Ich weiß nicht, warum ich mir das in die Knie gedrückt habe. Ja, das frag ich mich ja eben auch die ganze Zeit, warum ich denn laufend sterbe. Weiß ich nicht. Ich war nur für immer dort hinten, nach meinem Geschütz, die Schweine. Jetzt hab ich kein Geschütz mehr. Bin leer geschossen! Hm. Ich muss mir jetzt mal wieder dann was... Ich hab mir mal ein paar Claymox gekauft. Oho. Ja, ich muss vielleicht auch mal wieder Waffen aufstocken. Wicke, die Leute sind in der Nähe. Vorsicht, sie tragen Sprengstoff. Nein! Boah, fuck. Oho. Oho, der läuft. Also auf die Ferne, auf die Ferne kannst du die eigentlich übrigens fertig machen. Oho, scheiße, Hund. Oh Gott! Mal weg! Oh, Alter, wieso tag... ... beißt der mich, ey? Alter, nehm doch mal die scheiß Fähne weg! Ja, jetzt verblut' ich noch, oder was? Alter Wax, du musstest mal... Wieso verblutest du, Sau? Weil hier hügelst viele... ... mit meiner Fressung, ey! Okay, was hast du jetzt gekillt? Äh, n Juggernaut, würde ich sagen... ... wenn ich den Glück hab... Ja, es war durch Juggernaut... Äh... Wo, 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 wo... BUMBA! Scheiße Scher... Okay... Haha, ACR... Äh, ne... Bin aufgeschrieben! Ja! Lava! Also... Ja! Level geschafft! So, ähm... Puh, was könnte man sich jetzt leisten? Ne P90? Naja, ey... Da haben wir ne P90 geleistet... Nein, jetzt nicht an Waffen, ich mein, sondern jetzt an... Oh ja, jetzt ist noch irgendwas explodiert, ey! Delta-Team vielleicht... Ne... Ja, hol mal sowas! Einsatzgruppe kostet zu viel... Äh... Luftschlag... Ich glaube, ich hol mal einen Luftschlag... So... Sag mal... Der liegt dort nur, ey! So... Sag mal... Der liegt dort nur, ey! So, ähm... Lass mir mal einen raus, somit ich den Luftschlag... Oder warte ich mit dem Luftschlag? Zäh, bitte! Saat! Der ist in der Tänke! Der ist in der Tänke! Hör, die sind in der Tänke! Auf die Tänke! Hallo, ich hören... Hier ist doch einer! Wo bist du? Na, hier! Okay, den habe ich gerade nicht gesehen. So, jetzt habe ich so viel... ...andere Waffe. Jetzt verkaufe ich mal meine ACR. Leichtes...oh, scheiße. Die leichten SMGs kosten übelst viel. Das Gute halt an der P90 ist eben, dass die so schön viel Schuss hat. Das finde ich immer so übelst geil. Ja, kann ich mir nicht brauchen. Ja, ich bin auch schon etwas höher am Level. Oh ja, hier kann ich aufstehen. Ja, unten. Ho, ho, ho. Ach, ich habe mich. Wow! Ein... ...sech... ...nach... 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 ...swar für den Arsch. Ja... ...kurt und knapp, es war für den Arsch. Okay... ...Sturmgewehre, ich brauche ein anderes Sturmgewehr. Krass, Kropf, geh mir nie auf den Sack. Ich wiss grad gar nicht, was er will, ey. Oh Mann, so ein Kunde, ey. Das macht er doch mit Absicht, der will jetzt ganz genau, dass wir aufnehmen. Weiß nicht. Oh, ich kann mir keinen Geschütz leisten. Was ist da? Ah, ah, toll. Den Ball zu bleiben macht sich auch echt schwer, ey. Hi, was los? Ja, ich... ...warte hier... ...gucken, wo das Gras wird. Oh, ich bin hier auf, ähm... ...Alter, den hat sich übrigens runtergebombt. Oh mein Gott, hier oben sind sie ja. Scheiße! So ein stinker! So, bitte. Danke. Und hier ist noch irgendwo einer. Ja, da klettert sich die Leiter hoch. Oh, ist ja geil aus. Gut gemacht, weiter so. So... Ich muss mich beeilen. So langsam... ...versuche ich jetzt mal wieder an Geld zu kommen. Äh, mit 5.000... ...was kann ich mit 5.000 mir schönes kaufen? Auf dem Geschütz. Ist halt schon scheiße, wenn man immer wieder stirbt. 26 Minuten haben wir jetzt aufgenommen. 26 Minuten. Hoffentlich gucken sich das dann auch Leute an. Ja, ich hoffe, ihr bleibt doch so lange. Genau. Also ich weiß nicht, auf meine letzten COD-Videos hatte ich immer so fast 100 Offrufe. Oder so um die 100 Offrufe immer. Ich denke mal, es wird sich lohnen. Oh mein Gott, wie die Blöden knallen sie auf mich. W altogether. Hehehe. Dann renn ich mal mit auf. Ich bin leer geschossen! Äh, ACR und PP90M1 haben die bei sich. Bin leer geschossen! Äh, na dann renne ich mal mit der ACR weiter rum. Okay, und ich geh jetzt erst mal mir ne Predator holen. Oder irgend sowas. Weil extra Vorräte, Fingerfertigkeit pro gibt's ja alleine erst ab Level 50. Hm. Aaaaah! Feindliche Hunde sind in der Nähe. Vorsicht, sie tragen Sprengstoff! Toll, hast du mein Geschütz jetzt umgestellt oder haben die das getötet, meins? Hund! Die Grenze, gehen sie in der... Ja, ja, will ich auch. Oh nein! Zwei Juggernauts? Nein! Wer soll es jetzt kommen? Zwei Juggernauts? Ja. Und den kann ich hochjagen. Ja, super. Ja, ohne doch mal einer. So, einer ist tot. Oh Gott! Oh Scheiße! Das ist... Geschütz! Rette meine Haube! Oh, der Juggernaut kommt hier auf! Oh mein Gott! Ich will doch mal die... A6 hier fehlen! Okay, A6 ist toll! Ja! Brauchst du Hilfe mit dem Juggernaut? Technisch? Ähm... Schütz und... Was ist er denn? Schade! Naja... Da hatte ich ihn dann schon tot. Ja! Irgendwie... Äh... Extra Vorräte Stalker, ruhige Hand oder schnell ziehen? Was soll ich denn nehmen? Äh... Also ich würde persönlich sagen, ruhige Hand wäre... Ich komme vor jetzt nicht zu. Vorräte bereit zur Ausbiegerung! Nee, ach... Schnell ziehen brauche ich eigentlich nicht. Es geht so relativ schnell. Die Waffen immer so hin und her zu wechseln. Ich habe ja keine... Oh scheiße! Jetzt kommen gleich schon wieder Gegner. Mein Kontakt ist eben unterwegs! Wie jetzt? Ach scheiße! Dann hätte ich dann lieber Extrembedingungen pro drin gelassen. Naja gut. Was ist das denn jetzt rausgegangen oder was? Ja, ist rausgegangen. Naja, okay. Stimmt. Das habe ich ja ganz vergessen, dass das dann rausgeht. Okay, großer Fehl! Alter, was schießt ihr denn jetzt schon noch mit? Prikröjte меня! Ey, der Refektor ist! Ja, ich убью второго! Huch! 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 Lade nach! Huch! Wenn ich jetzt ein Geschutz habe und wir noch ein zweites Geschutz kaufen will, dann geht das auch nicht. Direkt da eingesetzt. Ich würde sagen, ich bin voll. Vorräte bereit zur Auslieferung! So soll ich sagen, ich bin voll. Vorräte sind unterwegs. Sonderkommando Delta-Cock. Ankunft in 20 Sekunden. Vorsichtig feuer! Und ich hab wieder Extrembedingungen drinne. Super! Dann hat mir mal ein Delta-Team geleistet. Yeah! Wie kann der das? Mein Gott! Mein Gott! Hilfe! Geht sie in Deckung! Schütz, rette mich! Die Typen sehen schon wieder aus wie halbe Juggernauts, ey! Wo sind sie doch oben? Ich glaub, wir müssen uns mal ein bisschen mehr zusammenstellen. Naja, was heißt, wie soll das Amt sein? Oh! So, du, was haben die denn jetzt für Waffen? Schon wieder. Ja. Na, immer noch, glaub ich, ACR. Ja, hier liegt ein Haufen Viecher rum, aber keine Waffen von denen. Die haben jetzt die Fahrt und die ACR. Naja, jetzt hab ich mir auch Munition für die ACR geholt. Ich hab die Munition, die Pay90, die CM-90-1. Die ist gut, die CM-90-1, schön auf die Ferne. Ja. 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 Wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen. Und sind wir... Scheiße, mann. Ich bin da mit dabei. Hm. Geh mir nicht auf, den Pisser im Mars, komm. Oh. Alle feindlichen Truppen im Gebiet wurden neutralisiert. Nähme noch auf. Hast du's geschrieben? Ich hab dir grad geschrieben, dass wir aufnehmen. Noch aufnehmen. Ja. Alter, dein Team ist auch schon wert, waas? Was mein, ein Wälderteam? Ja. Was hast du denn jetzt genommen? Ja, ein Wälderteam. Nee, ein feldes Team. Aber ich werd mir dann eher mal noch ein Geschütz oder sowas holen. Also so ein Granatwerfer-Geschütz oder sowas. Ja, das hab ich. Man müsste mal ein Gramatwerfer-Geschütz oder sowas. Man müsste mal ein Gramatwerfer-Geschütz oder sowas. Ich habe alles für Schütze und Granate auf und die Schütze zusammenstellen, weil mein armes Granate ist und ich habe die Schütze jetzt gekippt. Ich bin hier geschossen! Die ganzen Narfis! Drecken! Hilfe! Alter! Nein, ich bin los. Äh, ganz? Oder? Okay, ich kann noch aufstehen, aber ich glaube, dass wir auf nichts mehr so mit aufstehen. Doch! Scheiße! Ah, toll! Jetzt haben die keine Munition, die Viecher! Ah! Oh, blöde Claymore, ey! Ganz herrlich! Ja, toll! Und was kann ich mir jetzt leisten? Wieder nur wieder aufstehen! Ah! Hör aufstehen! Ich habe noch 6.000! Ich weiß nicht, was ich mir noch kaufen soll! Gib mir noch mal! Gib mir noch mal! Gib mir mal 500! Da gehst du drauf und machst auf Vierecke! Ja, danke! Brauchst du noch mal? Nein! Nein! Okay, ich habe ja noch einen Predator! Aber ich bräuchte mal eine Waffe! Hast du einen Predator? Ja, eine habe ich! Alles gut! Oh! Oh! Oh, Scheiße! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ich komme alleine hoch! Ich brauche Hilfe! Ich brauche Hilfe! Yes! Jetzt komme ich! Ja, Alex, ich komme lieber hoch! Ja, ich verrege auch gleich! Wo bist du? Ich brauche Hilfe! Hier hinten bei übelst vielen Leuten! Wir machen gerade eine Pornoporty! auch scheiß Hund aber hier auch scheiße jetzt verblüte ich aber ein hast du gekillt den Joggerlund? Ja, Joggerlund ist weg, ja Acht, sieben, sechs Scheiße, geil Alter, was ist denn das für Dinger? Boah, nö! Den hab ich runtergeholt Ja, komm mal 19, 18 Nein Scheiße Nein Ah, aber es war doch gut Jo Okay, erstmal jetzt zurückgehen So, ähm, boah, 38 Minuten waren das jetzt Und, ja, echt krank, echt krank Jo, war, war eigentlich richtig geil Bis welche Runde sind wir gekommen? Bis 24 Nicht schlecht, nicht schlecht Ah, ist schon okay eigentlich Ja Dafür, dass ich das jetzt schon ewig mehr gespielt habe überleben Ich drohe noch nie So, oh, oh, oh Ich war doch gut, oh, oh, oh So, Leute, dann, äh, sag ich jetzt erstmal tschüss Macht's gut, Leute Haut rein und lass es krachen Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Jo Ciao Muss sagen, es war noch echt ne schöne Runde, ähm, war echt cool Hat mir gefallen Und, ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute Haut rein, schönen Tag noch, was auch immer Und, ja, bye-bye